Herzlich Willkommen wieder zurück zu Let's Play MyCraft. Natürlich weiterhin ja auch mit Spawny. Hallo. Der forscht nur gerade noch so ein bisschen im Internet rum. Ja, mit Pornobildern oder so. Nein, was wir auf jeden Fall in der letzten Folge da über die Playstation mit sagen wollten, ist einfach, es kann ja jeder tun und lassen, was er will. That's right. Aber man sollte auch mal vielleicht ein bisschen lesen und nicht einfach die Katze im Sack kaufen. Ja, ich kaufe keine Grafikkarte, bevor ich kein Benchmarkwerk gesehen habe. So, und einen richtigen Wert zwischen einem Computer und einer Playstation 4 gab es noch nicht. Also kauft ihr die Katze im Sack. Das muss man eindeutig so sagen. Und ich will nicht, dass Sony einen Wert macht und damit dann einen PC vergleicht. Nein, ich will zum Beispiel, dass die GameStar, äh, ja, die großen Webseiten in dem Sinne, äh, die beigehen und diesen Test machen. So, und total unabhängig von irgendwelchen anderen Sachen. Richtig. Dann nochmal gucken, was der Vergleich sagt. Genau, und dann werden die Leute sich nämlich mal ganz derbe in den Arsch beißen. Oh ja. Ich würde niemals sagen, dass Sony vielleicht scheiße programmiert hat oder dies und jenes. Sie holen wahrscheinlich wirklich das Optimale daraus. Aber warum nimmt man einfach Billigkomponenten? Nur weil sie die User bei 699 Euro war, glaube ich, die Playstation 3, so einen großen Schock gekriegt haben. Äh, das kostet bei mir eine Grafikkarte. Ja, ist doch so, Andi. Ja. Deine hat auch über 500 gekostet zu der Zeit, wo du sie geholt hast. Ganz genau. Also. Die habe ich jetzt auch schon fast vier Jahre. Ja. Und es gibt immer noch kein Spiel, was du nicht auf Ultra zocken kannst. Ne. Das erste Spiel, was rauskommt, was ich nicht auf Ultra spielen kann, ist vielleicht Battlefield und Watch Dogs. Watch Dogs wirst du spielen können. Weil Watch Dogs kommt wieder auf CPU an, Andi. Und die hast du fett. Ja, das kann gut sein. Aber ich denke trotzdem, dass ich das nicht auf Full HD spielen kann. Full HD? Du meinst auf Ultra? Ja, Ultra. Ja. Das wird man sehen. Also ich sage ja. Ich denke, dass da so ein bisschen was runterstellen muss. Weil dann zu viele Ruckler entstehen. Ja. Oh, was ist das schon? So. Ich glaube, ich habe gut angeglichen. Machen wir den See hier zu. Wo bist du? Kannst du einmal gucken? Wollen wir den hier zumachen? Ich bin am See. Den kannst du ja lassen. Stört der da nicht, oder? Ich weiß nicht. Das sieht so ein bisschen abgefuckt aus. Da ist ja das Haus gar nicht. Das hast du schon verraten. Was, das Haus? Oh, der kann nicht seinen Mund halten. So. Äh. Ja, ich habe nicht gesagt, wir bauen ein Haus. Was willst du sonst bauen? Ich habe gesagt, wir bauen einen Riesenpimmel, Mann. Jetzt sagt er nichts mehr. So, wir gehen mal gerade schlafen, würde ich sagen, Andi. Jetzt habe ich schon wieder dunkel hier. Ähm. Was mich an der Playstation und Xbox immer reizt, sind die Controller. Zum Beispiel der Xbox 360 Controller ist für mich einer der besten Controller, die ich jemals in der Hand hatte. Aber ich glaube, da findet der Andi genau die gleiche Meinung. Äh, ich hasse Controller. Aber doch nicht von der Seite her. Äh, von allen Seiten, egal welche Controller, so ne, Scheiße. Äh, ich finde, das ist einer der bequemsten Controller. Ja, so einen Controller in der Hand habe ich auch nicht gerne. Aber halt bei FIFA oder so geht es halt nicht anders, ne? Fußballspiele musst du halt mit dem Controller spielen. Klar kannst du mit Tastatur und Maus spielen. Das macht von mir ein Kollege. Der geht übelst ab damit, ne? Aber ich könnte es halt einfach nicht. Bin ich ganz ehrlich. Gibt solche und solche. Genau. Das ist genauso wie Formel 1. Formel 1 spielt man mit Lenkrad. Das ist halt einfach so. Ja, und ich bin auch froh, wenn ich es wieder aus dem Karton rausholen darf. Es wurde ja repariert. Und dann geht es ab. Ich habe es nicht mal getestet, ob es heile ist. Hier sehe ich schon, komm, Formel 1 wird kommen, ja, und Lenkrad geht nicht. Ja, dann wirst du nicht der Einzige sein, der das zurückschickt, weil es kaputt ist. Was, bei dem Lenkrad? Ja. Ne, das Lenkrad war ja nur zur Reparatur. Ja, ja. Du wirst nicht der Einzige sein, der es dann wieder zurückbringt, weil es repariert werden muss. Ja. Na, wenn das Formel 1 Spiel kommt, ich glaube, da werden manche Leute wirklich, äh, viele Lenkrader wieder den Hunst aufgeben. Oh, ja. Dann wirst du wieder in jedem Laden keine mehr sehen. Lehm packe ich mal zu Sand oder Kies. Äh, Sand. So, jetzt müssen wir das hier noch alles angleichen, Leute. Und dann sind wir schon fast fertig. Mit der ganzen Terraformerei. Beats kommen nach da oben hin. Ich finde auch, dass sich so viele Leute drüber aufregen, ja, dass der Computer so viel Strom nimmt. Äh, ich finde, dann darf man auch gar nicht spielen. Oder gar keinen Computer benutzen. Ja. Weil wenn man es so nimmt, nehmen alle Computer zu viel Strom. Ja, und es ist einfach nur ein Luxusgüter. Um Zeit zu vertreiben. Nicht anders wie die Playstation. Nein, aber weiß ich, ja, viele Leute aufregen, ja, der Computer nimmt zu viel Strom, bla, bla, bla. Äh, ich finde es nicht. Es ist einfach das, was man selber draus macht. So. Oder bei mir geht ständig alles kaputt an meinem Computer. Äh, dann habt ihr einen Fehler gemacht oder ihr habt euch Scheiße andrehen lassen. Genau. Also, Intel-Prozessoren sollten zumindest acht bis zehn Jahre halten, wenn ihr sie nicht übertaktet. Minimum. Das gibt sogar Intel vor. Acht bis zehn Jahre. So, und wenn man acht bis zehn Jahre die CPU hat, danach kann man sich auch eine neue kaufen. Genau. Also, das ist zumindest meine Meinung. So, Fichtenholz, äh, brauche ich, Andi, nur Stämme. Haben wir davon? Haben wir. Okay. Ich hatte doch Fichten... Haben wir zum Lager. Ich hatte doch Fichtenholz für unten. Unten Fichtenholz. Ja, 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 genau. So, dann werden wir mal anfangen, den Bau fortzusetzen. Der Andi wird nachher auch viel zu tun haben. Er muss Wege ziehen. Äh, Strom ziehen bis da hinten. Ich glaube, das wird noch ein ganz schönes Stückchen Arbeit. Oh, bin ich hin. Aber wir wollten ja auch mal wieder ein bisschen was, äh... Äh, ja, nicht größeres, sondern... Und was ausbauen. Denke ich mal wieder ein bisschen woanders hingehen und was bauen. Mal ein bisschen aus der Ecke hier vorne rauszukommen. Genau. Mal ein neues Gebiet anfangen in dem Sinne. Äh, nein, das soll jetzt nicht heißen, ja, ihr lasst jetzt diesen... Nein, darum geht's gar nicht. Wir haben jetzt hier alles in die Ecke geprangt. Und möchten jetzt mal ein Gebäude da hinten hinsetzen. Das, wenn man sich hier oben mal hinstellt, dass man dann auch mal... ...da hinten was sieht. Ja, der Andi ist am pflanzen. Das finde ich sehr schön. Das wollte ich schon vor. Was weiß ich, wie viele Folgen machen. Ja. So, und gleich gucke ich auf meinen schlauen Spicker. Wie wir... Das bauen erschreckt am Anfang nicht. Es wird wirklich ein riesen Koloss. Muss man einfach so sagen, Andi, ne? Oh. So, wie ziehen wir den? Ich glaube, ja. Andi? Ja? Kannst du einmal kommen? My way. Erscheinen reicht auch, aber... So, jetzt müssen wir uns erst hier absprechen, wie weit wir wirklich über den See gehen. Oder ob ich vor dem See anfange und den See dann vergrößern. Mal gucken, was der Andi meint. Weil vergrößern kann man ja diesen, 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 diesen Bagger-Teich ja immer. Und, äh, wenn ich nachher zu weit rüber gebaut habe, wird er wieder zu klein. Also daher... Müssen wir mal gucken, wie wir das Handhaben werden gleich. Oh, hier ist schön Schatten. Hier spitze ich nicht so. So, was meinst du? Auf den Teich? Oder direkt davor setzen und dann den Teich vergrößern? Also, das würde bedeuten, wir fangen... Hier das Ende machen. Und dann dementsprechend den Teich angleichen. Also hier an... Ja, ja, das ist... Ja, ja, genau. Hier, sonst ist es aufhört. Also so in dem Sinne. Genau. Ja. Okay, und dann gleichen wir nachher den Teich an. Richtig. Gut. Ich habe natürlich wieder vergessen zu zählen. Also, Leute, warum zählt ihr nicht? Wir müssen also in der Mitte anstarten, oder? Was? Wir müssen in der Mitte anstarten, oder? Ich werde dann gucken, wie es aussieht und dann links und rechts wegnehmen. Wieso habe ich jetzt hier keine Kanten mehr? Jetzt sehe ich die Felder nicht. Das ist ja voll gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alles klar. Ich werde mal Kartoffeln und Möhren anpflanzen. Ja, doch, Kartoffeln und Möhren anpflanzen. Ja, mach mal. Sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, 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 vierundzwanzig. Das passt ja wie Arsch auf einmal, Alter. Auf jeder Seite einen frei, Andi. Perfekt. So muss er sein. Ja. Leute, das war wirklich nicht nachgemessen. Es war freischnauze abgebaut. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Neunzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, 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 32 bis dahin so war da muss ich noch ein bisschen terraforming betreiben würde ich mal sagen ich habe ich zu wenig abgebaut an die hinten raus oder ja ja ich bin aber schon dabei macht ja nichts ja dann bauen wir das nächste stückchen hier ab geht ja schnell geht ja schnell ja leute geht ihr dann alle wählen am 22 die schon wählen dürfen an die ist zu wählen kommt noch an was ich dafür kriege man sollte auf jeden fall wählen gehen also das sollte man auf jeden fall absolut und wenn man seine stimmung ungültig macht überall kreuz sehen machen und kommen die grünen an die macht und dann gibt es kein fernseher mehr und du zahlst 15 euro pro spritzlieder genau das will ja auch keiner von euch nein aber man muss einfach bei gehen und trotzdem wählen gehen schau dir mal ein bisschen Erde hier ne eine kiste ist aber ohne ende wir haben glaube ich vier randvolle doppelkisten mit erde also daran wird es nicht scheitern ja wir haben ja auch schon genug terraforming betrieben ne also hier war ja alles das ganze gebiet da hinten ist ja alles weg genau es war ja alles voll mit äh mit erde ne hier war ja alles wellig in dem sinne ja wir werden auf jeden fall einen riesen koloss hier bauen guckt euch das an es wird speck 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 wer so sieht doch schon geil aus oder so ich hasse das warum sieht man denn keine kanten mehr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wo ist oder 9 ich mach das um zu sehen ach so weißt du orientierungspunkte halt genau sollte eigentlich stimmen oder jetzt 1 das sind 6 ja jetzt mal hier ein bisschen ausleuchten auf jeden fall das ist wichtig so wir rennen auf jeden fall ins bettchen da kommen nämlich schon die ganzen scheißviecher und dann werde ich gleich nochmal ein bisschen runterscrollen und mal gucken was ich noch für die news finde die wir hier mal ein bisschen durchkauen können solange wie man da terraforming und sowas betreibt finde ich kann man auch ein bisschen quasseln so ich liege und in dem umblick sage ich auch wieder vielen dank fürs einschalten bei mycraft ja wir werden weiter an unserem kleinen häuschen bauen mit euch und werden dann nächste folge weitersehen wie weit wir kommen bis dennne tschau tschau